Neue Gaming-CPU gefällig? Dann bleib dran, denn ich habe ein paar CPUs für euch getestet. Dank AMDs Ryzen-Prozessoren ist endlich mal wieder richtig Bewegung in den CPU-Markt gekommen. Ein guter Zeitpunkt, um sich nach einem neuen Modell umzuschauen. Wir haben insgesamt 10 Prozessoren getestet und beurteilen sie in puncto Spieleleistung, Synthetik, Computingleistung und wir verraten euch, was ihr für euer Geld tatsächlich bekommt. Alle 10 Modelle findet ihr im Artikel auf pcwelt.de. Den Link blenden wir aktuell ein oder klickt runter in die Videobeschreibung. Dort haben wir den Link auch nochmal eingefügt. Dort findet ihr unter anderem auch mehr Infos und auch eine kleine Kaufberatung, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch eine neue CPU zulegen wollt. Und dort sind auch alle detaillierten Testergebnisse noch einmal festgehalten. In diesem Video stelle ich euch die 4 Award-Träger vor und wir legen auch gleich los mit dem Award attraktiver Preis. Ausgezeichnet mit diesem Award habe ich den AMD Ryzen 7 1800X ausgestattet. Mit 8 physikalischen Rechenkernen kann er 16 Threads dank SMT-Technik abarbeiten. Er hat eine Taktrate von 3,6 bis 4,0 GHz und er hat eine TDP von 95 Watt. Der aktuelle Straßenpreis für den 1800X, der beläuft sich auf 515 Euro. Jetzt fragt ihr euch natürlich, attraktiver Preis, über 500 Euro für eine CPU. Ganz einfach, er hat diesen Award verdient, weil es von der Konkurrenz aus der aktuellen Generation keine vergleichbare CPU gibt. Also eine, die 8 physikalische Rechenkerne aufweisen kann und 16 Threads abarbeiten kann. Die Spieleleistung ist tatsächlich wieder vergleichbar mit Intel, auch wenn Intel hier insgesamt die Nase etwas weiter vorne hat. Doch dafür in Sachen Multicore-Leistung ist der 1800X fast schon unschlagbar. Da muss man wirklich noch extrem viel mehr ausgeben für ein Intel-Modell, damit man den 1800X tatsächlich schlagen kann. Natürlich muss ich jetzt zugeben, dass der 1800X nicht unbedingt die krasseste Spieleleistung an den Tag bringt, aber wir glauben, dass durch künftige Optimierungen und Updates das volle Potenzial dieser Ryzen-Oberklasse-CPU ausgeschöpft wird und sich das Blatt eventuell sogar noch wenden wird. Wer aber wirklich auch bei aktuellen Spielen die beste Leistung haben will, der sollte noch etwas dranbleiben, denn für den habe ich natürlich auch noch eine CPU getestet. Kommen wir als nächstes zum Preis-Leistungssieger und zwar ist das der AMD Ryzen 5 1500X. Er ist ausgestattet mit vier physikalischen Rechenkernen, kann acht Threads parallel abarbeiten und verfügt über Taktraten von 3,5 bis 3,7 GHz. Die TDP beläuft sich auf 65 Watt und der Straßenpreis auf rund 205 Euro. Den Preis-Leistungssieg holt sich der 1500X aufgrund der Tatsache, weil er einfach eine richtig gute Multicore-Effizienz an den Tag legt und bei der Spieleleistung tatsächlich sich auf einem ähnlichen Niveau wie vergleichbare Intel-Prozessoren befindet, auch wenn man im direkten Vergleich größtenteils sagen muss, dass die Intel-Prozessoren hier einen Ticken besser sind. Außerdem verbraucht er nicht viel Strom und wie vorhin schon beim 1800X erwähnt, dank künftiger Optimierungen sehe ich da wirklich viel Potenzial in den Ryzen-Prozessoren. Kommen wir zu unserem nächsten Prozessor, der mit dem Award herausragendes Tempo ausgezeichnet wurde. Und zwar handelt es sich hierbei um den Intel Core i7-7700K. Ausgestattet mit vier physikalischen Rechenkernen kann er acht Threads parallel bewältigen und hat eine extrem starke Taktrate von 4,2 bis 4,5 GHz Abwerk und eine TDP von 91 Watt. Der Straßenpreis beläuft sich auf 360 Euro. Dank der starken Taktraten-Abwerk holt sich der Intel Core i7-7700K die beste Spielewertung im Test und deshalb auch den Award herausragendes Tempo. Wer also das maximale Aussahenspiel herausholen will, der braucht neben einer starken Grafikkarte auch eine starke CPU und die bekommt ihr definitiv in Form des i7-7700K. Tatsächlich als Nachteil angreifen kann man dem 7700K die schlechtere Multi-Core-Leistung im Vergleich zu günstigeren Ryzen-Prozessoren. Das hat zum Beispiel den Nachteil bei multimedialen Anwendungen wie dem Rendering oder beim starken Betrieb von Multitasking-Aufgaben, also wenn ihr viele Programme und Tabs parallel geöffnet habt. Wer also Wert auf eine hohe Multi-Core-Leistung oder auch Multitasking-Leistung erlegt, der greift entweder zu den Ryzen-Prozessoren, da gibt es natürlich wie gesagt auch günstigere Versionen, die dort in dieser Kategorie besser sind, oder ihr greift zum Testsieger. Testsieger ist kein geringerer Prozessor als der Intel Core i7-6950X. Ausgestattet mit 10 physikalischen Rechenkernen kann er 20 Threads parallel abarbeiten. Die Taktraten belaufen sich auf 3 bis 3,5 Gigahertz und die TDP auf satte 140 Watt. Ebenfalls beeindruckend ist der Preis, der sich nämlich auf 1800 Euro beläuft. Mit diesem Straßenpreis ist der 6,950X natürlich unverschämt teuer und es ist extrem unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um ein Massenprodukt handelt. Dennoch, die Leistung ist tatsächlich beeindruckend. Wir haben zum Beispiel bei der Multi-Core-Leistung, haben wir wirklich Ergebnisse, die selbst eine 1800X in den Schatten stellen können. Aber wenn es um die Single-Core-Leistung geht, muss der Prozessor aufgrund der vergleichsweise niedrigen Taktraten ein bisschen sich hinten einreihen. Aber extrem schlecht durchweg ist der Prozessor niemals. Außer es geht um den Stromverbrauch. Denn wir haben hier noch eine vergleichsweise alte CPU-Architektur drin, nämlich Broadwell-E und eine TDP von 140 Watt. Und das war in unserem Vergleichstest der einzige Prozessor, der in Kombination natürlich mit unserer Testplattform über 330 Watt Strom aufgenommen hat. Ja und obwohl der 6,950X unser Testsieger ist, können wir Spielern allerdings nur den 7700K tatsächlich ans Herz legen. Denn er hat tatsächlich die beste Spieleleistung, selbst besser als beim 6,950X. und an dem führt aktuell für Gamer kaum ein Weg vorbei. Allerdings würde ich auch raten, noch ein bisschen zu warten, was denn die Spieleentwickler und Hardware-Hersteller noch an Updates, respektive Optimierungen für Ryzen raushauen. Wir werden das natürlich auch fortlaufend testen und auch den Artikel auf pcwelt.de um neue Modelle erweitern. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinklickt und mich würde es auch interessieren, für welche CPU ihr euch am Ende entscheidet, falls ihr aktuell vor einer Kaufentscheidung steht. Bis dahin, macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020